So, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Was ist? Viele denken sich wahrscheinlich, was soll das denn jetzt für ein Käse sein? Was hast du dabei gedacht? Ich dachte mir einfach so, dass ich vielleicht euch etwas damit beibringen kann, wenn ich euch eure Fragen beantworte, egal zu welchem Thema. Und ansonsten einfach Fragen, die euch so auf dem Herzen liegen. Und ich habe mir jetzt einfach mal so aus den letzten Vlogs, habt ihr darunter irgendwelche Fragen gepostet? Und zwar werde ich die dann einfach hier mal beantworten. Die erste Frage wäre dann zum Beispiel, habe ich die hier auf dem zweiten Bildschirm, damit ich mir das nicht alles merken muss, das wäre natürlich viel zu viel. Von Daniel Amon, ich werde natürlich hier auch nochmal den Kommentar einblenden, damit ihr mitlesen könnt, weil der ganze Text kann man sich gar nicht merken. Daniel Amon, hi Affe, könntest du mal deine Brille entspiegeln lassen? Denn beim längeren Zusehen nervt das extrem. Und nein, also momentan ist die Brille noch nicht entspiegelt. Und das geht leider noch nicht. Daniel, 60 Kilometer entfernt und für eine Brille entspiegeln lassen, bin ich noch nicht dahin gefahren, muss ich sagen. Ich werde den eventuell bald dann mal ändern und dann geht es rund. Dann gibt es mal Augen zu sehen. Sehr schön. So und damit sind wir auch gleich bei der nächsten Frage hier mit Alio LP. Hey Affe, was ist für dich der beste Jungler und womit kann man am besten ganken? Entweder geht es dir jetzt darum, was ist für dich der beste Jungler? Und ich habe natürlich den Geschmack der Tanki-Jungler. Das wissen wahrscheinlich ziemlich viele, so Amon, Nautilus und so. Die finde ich halt schon recht amüsant. Und nach meinem Geschmack einfach mal zum Beispiel Nautilus, wie eben gesagt, schon nimmt. Master of CC, keine Frage, Alter. Der kommt unhooked, hat dann noch einen Stun und weiß der Geier was. Später noch seine Ulti. Amumu, genauso. Wenn man ihn aus dem Jungle nicht einfach so rausnimmt, dann ist er, wenn er im Spiel bleibt, dann ist er einfach Gank-Boss. Mit seiner Bandage spielt er noch mit Ulti und alles. Und im Teamfight natürlich auch sehr nützlich. Maokai kommt noch dazu. Sehr schön tanky. Seine Ganks sind auch richtig OP. Gut ganken kann man zum Beispiel auch mit Pantheon. Gut ganken kann man eigentlich auch mit Li. Das ist natürlich auch so eine Sache. So, die nächste Frage ist von GamerGirlX. GamerGirlX. Und zwar lautet sie, wann sollte man roam? Oder was ist roam? Und zwar gab es roam in Season 2 oder so circa, glaube ich. 1, 2. Gab es das als Position? Ja, da wurde der Jungler nicht mehr gespielt, beziehungsweise Jungle war nicht dabei. Und dann gab es die Position Roam. Und der Roamer hat vielleicht ein, zwei Camps mithilfe des, der Laner und so gecleart. Hat dadurch natürlich ein bisschen Level gekriegt. Und da wurden so welche gespielt wie Wladimir, Taric und Ali. Die haben natürlich einfach Taric mit seinem Stun, Wladimir mit seinem Harassment durch seine Spells einfach und Ali durch sein auch Dauer-CC eigentlich. Und Roaming-Potenzial einfach. Die sind einfach nur rumgelaufen und haben gegankt. Und haben den gegnerischen Jungler auch einfach gestört dabei. Taric mit seinem Stun ist einfach hin, gegnerischer Jungler tankt. Und damals war das Jungeln ja noch richtig hart. Da musstest du wirklich darauf achten, was abging. Ansonsten bist du reingestorben. Das war dann halt wirklich noch etwas schwieriger. Und wenn dann wirklich einer ankam und dann so Taric, Stunt dich, reduziert deine Rüstung. Das kam schon gar nicht mal so schlecht. Oder Ali, er knockt dich hoch, knockt dich nochmal zurück. Du tankt und lässt dich die ganze Zeit den Buff tanken. Da hast du manchmal schon geschluckt. Muss man schon so sagen. Aber die Position gibt es nicht mehr. Roam ist eigentlich ausgestorben. Zum Beispiel in der Mitte sind ja mobile Champions ziemlich beliebt. In Solo-Q zumindest auch. Wenn du einfach auch etwas auf den anderen Lanes bewirken kannst. Das heißt, du drückst die Mitte raus. Wie zum Beispiel Ari, ziehst ein Q durch oder Ori. Ziehst deine Q-W-Kombo durch und die Wave ist einfach weg. Und läufst dann los. Guckst, wo kann man was machen. Mit dem Jungler vielleicht. Oder ich gehe einfach auf die Bot-Lane, gehe einfach auf die Top-Lane. Du musst dir natürlich Zeit erkaufen. Einfach mit diesem Push in der Mitte. Und auf der Bot-Lane ist es meistens das Roaming. Wenn einer von der Bot-Lane wegroamt. Dann ist es entweder der Supporter. Von der stärkeren Seite. Wenn der ADC es schafft. Einfach zu farmen, ohne dick engaged zu werden von den Gegnern. Kann der Supporter es sich ab und an mal leisten. Roam zu gehen. Um da die Mitte zu unterstützen. Oder den Jungler beim Counter-Junglen zu helfen oder so. Oder die komplette Bot-Lane. Wenn vielleicht der Tower gefallen ist. Der Gegner. Eure Meinung zum Roam. Also ich denke, dass von euch da draußen viele wirklich was zum Thema Roamen sagen können. Schreibt es einfach in die Kommentare. Diskutiert mit mir. Diskutiert mit allen. Oder ergänzt mich einfach, wenn ihr etwas zu sagen habt. Und die nächste Frage wäre dann jetzt hier auch schon von Julian Rühl. Und zwar ist die Frage, macht dir YouTube mehr Spaß als Stream? Das Ding ist, es macht schon Spaß. Ich finde, es sind einfach zwei Paar Schuhe. YouTube ist so eine Sache, du kannst dann, ich kann dann auch andere Games spielen. Was für mich Abwechslung bringt und mir auch sehr viel Spaß macht. Stream ist einfach noch diese Twitch. Twitch ist einfach noch mal so eine, die Verbundenheit mit den Leuten ist einfach viel stärker. Das muss man gleich so sagen. Das kann man auch gar nicht irgendwie anders beschreiben. Dieses direkte Kommunizieren. Ihr seid da, ich bin da zum gleichen Zeitpunkt. Ja. Und jetzt so mit diesen zwei Tagen Streamen, eventuell bald offenbar wieder am Wochenende. Da ist dieser Ausgleich auch vollkommen korrekt. Also mir macht das momentan richtig viel Spaß. Und jetzt diese zwei Tage in der Woche. Ich freue mich richtig auf den Streamen und es macht mir übelst Laune. Ich mache den Stream an und habe immer gute Laune. Keine Ahnung, das gefällt mir richtig gut. Es macht beides schon wirklich sehr viel Spaß. Stream macht Spaß und YouTube Videos aufnehmen macht mir genauso viel Freude. So und dann jetzt zu Cisho LPs Frage. Und zwar, wie wäre es, wenn ihr noch eine Bestrafung für den Verlierer einführt? Also das ist so eine Sache, Leute. Da muss ich euch drauf hinweisen. Es geht um... ...Affe vs. Clure. Und zwar sind wir jetzt schon in der vierten Folge und der Punktestand ist 3-1 für mich. Also... Ne? Was soll man sagen? Was soll man sagen? Aber sie haben halt gefragt, ob wir da eine Bestrafung einführen. Und ich hätte mir so gedacht, damit war Clure auch einverstanden, dass wenn die... Wenn einer 50 Punkte erreicht hat, also ich oder Clure und der Verlierer, der keine 50 Punkte erreicht hat, der frisst eine Zwiebel in 1. Keine Ahnung. Also wenn ihr da Vorschläge habt, was eine Bestrafung angehen könnte, die natürlich ein bisschen, also ein bisschen sanft, also wir wollen uns hier nicht tot prügeln oder so, sondern, ne? Etwas im Rahmen, so eine Zwiebel fressen in 1, eine ganze Zwiebel wäre eine Bestrafung, die man annehmen könnte nach 50 Lose sozusagen oder halt 50 Wins. Und natürlich brauche ich jetzt eure Fragen. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video dann langsam mal die ganze Was-Ist-Geschichte hier ins Laufen bekomme. Ich möchte jetzt von euch wissen, was habt ihr für Fragen an mich? Also bezüglich auf LOL, versteht ihr irgendwelche Champions nicht? Versteht ihr irgendwelche Begriffe nicht? Oder habt ihr so allgemein noch Fragen an mich persönlich, an die Let's Plays auf dem YouTube-Kanal? Ganz egal was, fragt mich und ich werde es euch beantworten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch, dann weiß ich, dass wir das weitermachen. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, schlaf gut und bis zum nächsten Mal, ne?